Musik Und damit kommen wir zur Musik in dieser Sendung und zu einer jungen Dame, die eigentlich aus Landau stammt, aber in der Musikstadt Mannheim an ihrer Karriere bastelt. Jasmin Perret ist in den großen Partybands der Region zu Hause, also Me and the Heat und Die Dicken Kinder, aber jetzt hat sie ihr zweites Soloalbum vorgelegt, Perfect heißt es, 15 Titel sind drauf und daraus hören wir jetzt den Song Back to You, also viel Spaß mit Jasmin Perret. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020